bau 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 hallo leute wir sind wieder dabei let's play castlevania area of sorrow blind wir haben noch unser zauber schwert wir haben was hier alles war die ringelseele aber wir haben immer noch den tod ich gleich unter die nase ja und wir haben momentan keine ahnung zumindest ich habe keine ahnung wo es weitergeht ich gehe einfach mal links wir wieder musik ich habe nicht trainiert ich habe skill entwickelt so viel zu skill ich habe eine idee wenn ich jetzt mal gering jetzt weiß ich wieso der boss so einfach sein als seine schwachstelle herausgefunden ja ich bin gerade so innovativ an ideen wo ich habe es noch scherzhaft aber ich habe wirklich skill card entwickelt wo aber naja na komm ich nicht ran komm ich nicht ran komm ich nicht ran ok dann was habe ich eigentlich hier hast du immer noch die haupte ok jetzt auch ok ist mir egal ja ich kann unter wasser laufen ok beschleimt ist mir auch egal und da gibt es auch nichts stirbt und wir haben wasser ich möchte gern excalibur was ist hier was die karte karte sagt mir ich soll links nach hin oder sag ich mir das alles nach wenn ich es nicht schnell genug töte das fällt mir das jetzt auf ist ja natürlich klar au ja ich kenne ich noch und zack zack noch einmal kommt immer noch nicht tot jetzt bist du jetzt bist du da kommt da kommt nicht irgendetwas was mich jetzt noch nervt oder du na du bist noch ein riesiger wurm äh stirbt dankeschön und aua ok du nervst stirb 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 Ah! Du hast eine lange Reichweite. Du läufst eine lange. Zack. Alles Gott. Mehr mir abgezogen als ihm. Zack. Aua. Okay, du bist jetzt Autor. Äh, ja, weiter. Und wir gehen noch wirklich hoch. Und wir haben natürlich schon wieder fast keine Leben mehr. Oh Gott. Oh Gott, Fluch. Nein. Ich muss ihn schnell töten. Oh, es hat nicht gereicht. Äh, zack. Also ich muss jetzt wieder... Was? Ach. Was war gerade los? Irgendwie bin ich gerade voll komisch gelaufen. Oh, nein. Okay. Eindeutig. Fail. Was haben wir hier? Okay, 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 okay. Ah, Manaprisma. Ich bin den richtigen Weg gegangen anscheinend. Ah, also... Was kann dies Manaprisma? Ich glaube nicht, was gut ist. Zuwiderherstellung a la MP. Uhu. Wie toll. Das mir jetzt nichts bringt, weil das Vieh ist nicht gleich... Oh, super. Ja. Dann ist Vieh da oben nicht sowieso gleich wieder ein bisschen kaputt gemacht. Äh, ja. No sense. Das macht auch keinen Sinn mehr, irgendwie jetzt mich zu heilen, weil... Ich muss irgendwie das Vieh besiegen. Oh, ja. Cagnazzo. Ich hab's Vieh besiegt. Ja, so einfach war's doch. Aua. Aber euch muss ich... Vor euch muss ich aufpassen. Okay, du bist unten. Du machst mir keine Angst mehr. Äh, so. Und noch ein Stück höher. Aaaaah. Stirb. Okay. Äh, komm tiefer, komm tiefer. Noch ein Stück, noch ein Stück. Stirb. Ah, du bist immer noch nicht tot. Warum nicht? Warum tiefer? Ja, super. Feuer kaputt machen. Boah, jetzt kann ich sogar, glaube ich, echt... Muss ich sogar das Feuer kaputt machen. Juhu. Ich habe meine Lebensaufgabe gefunden. Ich muss Feuer kaputt machen. Boah. Du stirb. Was ist hier? Warum ist hier nichts? Der Raum ist viel zu leer, um... Dafür, dass hier nichts ist. Äh. Ja. Nein, jetzt ist... Nein, jetzt auch. Nee. Ich... Ich bin tot. Ich bin tot. Wieso gehe ich eigentlich wieder runter? Okay, da ich jetzt ja Skill habe, so wie ich was gelachtes... Ich mach's mit einem Tank durch. Dann hab ich zwar nur noch drei. Für den nächsten Bosskampf, der... Irgendwann... ...kommen wird, wo ich dann daran failen werde. Werde ich zwar lange failen, aber... Was soll's. Lieber fail ich jetzt nicht anstatt beim Bosskampf. Und wieso kann ich jetzt... Doch, ich kann das vollschlagen. Gott sei Dank. Äh. Äh. Geh weg. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Schlag. Schlag. Na, natürlich klappt's nicht. Schlag. Level up. Wie geil. Ob mir das jetzt so viel noch bringt, um weiter zu überleben. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm tiefer. Komm tiefer. Äh. Na, noch nicht... Noch nicht tief genug. Schlag. Gut. Kagnatzen. Na. Und tot. Uhu. Ich hab's kill. Uhu. Und ich will noch höher. Und was ist da drin? Will ich da... Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich einen Speicherpunkt gefunden, obwohl ich hier meinen Trank schon verwendet hab. Oh, du kannst durch Wände gehen. Hab ich voll irgendwie verpeilt. Aber... Aber du bist schon tot. Äh, höher. Und noch höher. Und noch höher. Ich will wissen, wo ich eigentlich da am Ende rauskomme. Äh, Karte. Ja. Irgendwie zeigt's mir an, da war ich schon. Am anderen Ende. Auch tot. So schwer ist dieser Kognatzen nicht. Äh, ja. Links. Komplikant vor. Na, ich hab hier echt eine Stille gefunden. Äh, ja. Woher kenn ich das? Ja. Ich weiß, woher. Mäh. Na, geh weg, geh weg. Ich will das nicht... Du bist zu viel. Du machst das Bright Limit kaputt. Äh, ja. Ich hab ein Screenshot gemacht. Naja, egal. Äh. Ja. Hat sich ausgestellt. Hoch war die falsche Richtung. Also. Und zerfallen. Und wir fallen tiefer. Und noch tiefer. Aua. Und noch tiefer. Und wir wollen hier speichern. Sing. Weil wir den falschen Weg gelaufen sind, wollen wir das natürlich abspeichern. Äh, ja. Was war hier? Hier war... Ja, hier war nichts. Aua. Und noch tiefer. Und noch tiefer. Und noch tiefer. Und noch tiefer. Das hier war auch nichts. Oh Gott. Ich geh grad so unnötig. Stirb. Stirb. Äh. Ah, ich bin nicht sicher. Gut. Stirb, stirb, stirb. Und ich komm nicht ran. Okay. Plan B. Kuss durch. Oh. Ah, stirb. Danke. Gut. Oh Gott. Oh Gott. Du stirbst auch jetzt. Ah. Oh Gott. Ich komm mit euch da unten nicht ran. Das ist gemein. Und? Ach. Noch erwischt. Verdammt. Egal. Ich geh durch. Und ich hab noch einigermaßen Leben. Aua. Aua. Doppel. Aua. Schlag. Schlag. Unter Wasser bin ich langsamer. Das gefällt mir nicht. Aua. Schlag. Tod. Gut. Alles ist gut, wenn die Gegner tot sind. Stirb. Nein, stirb. Danke. Schleim. Das interessiert mich nicht. Ah. Ich will aber das Geld haben. Zehn. Uh. Wow. Warum? Ja. Es haut eiskalt mal ab. Die Plattform, auf die ich stehen will. Drüber springen. Was? Zischt da immer vorbei? Okay. Ich merk schon. Das muss ich anders regeln. Was ist das? Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer bekommen wir natürlich in Castlevania. Ist ja klar. Was bekommt man sonst? Man bekommt kein Fleisch. Kartoffelpuffer. Wow. 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 Autsch. Egal. Vier. Ziemlich viel ab. Wenn ich den berührt ziehe, ist mir sogar mehr. Du bist ein komischer Giftwurm. Schlag. 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 Was kommt am Ende eigentlich? Ah. Jetzt bin ich schon da oben, wo es den Trank gab. Gut. Schlag. 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 Aua. Schlag. Ich bin zu weit weg. Schlag. Aua. Stirb. Gut. Äh. Weiter, weiter. Häpp. Und. Häpp. Hat gereicht. Hopposa. Da hätte ich nicht landen sollen. Also so mal überrascht. Das kann ich wohl schlecht lesen. Oder Fragezeichen, Ausrufezeichen. Graham Jones. Verdammt. Ich hasse Unterbrechungen. Yoko! Und sie liegt am... Alles in Ordnung. Sag doch irgendwas. Irgendwas. Es ist gut. Danke, dass du mich gerettet hast. Äh. Kurzer Schnitt. Graham, dieser Mistkerl. Was hat er getan? Er hat die Macht des Schlosses absorbiert. Ist viel stärker geworden. Mein Plan ist fehlgeschlagen. Spar deine Kräfte. Du sollst jetzt nicht sprechen. Nimm dich vor ihm in Acht. Über... Anstrengen dich nicht. Was? Yoko! Ach, sie ist nur bewusstlos. Sie atmet noch. Ich habe die Macht unterschätzt, die er erworben hat. Nun steht auch nicht so da und murmle. Yoko geht es gar nicht gut. Geh. Ich kümmere mich um ihre Wunden. Ich kann sie nicht einfach verlassen. Sie ist mein Freund. Freund. Das ist ein Mädchen. Wäre er wohl Freundin. Aber egal. Sorg dich nicht um sie. Du hast anderes zu tun. Graham ist zum Thron gegangen. Was ist dort? Was verschweigst du? Ich kann es nicht sagen. Du musst dort... Du musst selbst dort hingehen. Wenn nicht... Verlierst du Mina. Und Yoko auch. Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Mistkerl, du nervst. Aber ich glaube nicht, dass du mich anlegst. Du manipulierst mich. Trotzdem werde ich tun, was du sagst. Aber wenn wir je lebens hier rauskommen, will ich alles wissen. Das ist nur fair. Jetzt mach dein... Mach dich auf den Weg. Stirb. 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 Die kann ich nicht. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich will aber... Wo sollte der Thron sein? Wir haben schon 70% der Karte. Wir müssen das Spiel auch bald fertig haben. Naja. Wir gehen mal einfach weiter. Die hab ich unserer Karte... я mit unserer Karte... Und du hast nichts drauf D